So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Eine kleine, ja Infofolge ist es ja gar nicht, nö, ein kleines Video zum Thema Glück, Glücks-Pokémon. Und was für Glück ich hatte jetzt in den letzten Tagen, denn es ist ja das Jubiläumsevent gewesen, sieben Jahre Pokémon Go. Als ich das Video aufgenommen habe, waren es noch genau zwei Tage. Ich hatte also den Tag, wo ich es aufnehme, noch Zeit plus den Folgetag. An dem Tag, wo ich es aufnehme, war Hannes auf dem Weg nach Meiningen. Mit Hannes wollte ich noch eine große Trade-Session starten, wo wir 64 Riolus im Video hin und her tauschen und das dann als Premiere mal hochladen. Das kommt aber später. Jetzt möchte ich euch mal zeigen. Es war ja nicht nur erhöhte Chance auf Glücksfreunde, sodass ich gefühlt am Tag zwei Lucky-Trades gemacht habe, garantiert, aber drei Glücksfreunde bekommen habe. Und dann immer gucken musste, wann ich wem wie wo einen Termin gebe, dass wir uns einigen. Und ich momentan ja auf Suche bin nach Anego in 100%. Das heißt, bei jedem garantierten Glückstausch, den ich gemacht habe mit einem Glücksfreund, bin ich momentan an Anego dran, bis das 100er kommt. Jetzt war aber nicht nur die Chance auf Glücksfreunde erhöht. Und generell war die Chance auf Glücks-Pokémon erhöht beim Tauschen. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, was ich die paar Tage jetzt immer so ein bisschen hin und her getauscht habe, auch gerade mit kleinen Accounts. Ich habe mir einen Suchbegriff eingespeichert. Ich habe direkt nach Tordonator gesucht. Nach Axanthor gesucht, weil ich die zwei Pokémon eigentlich richtig cool finde. und da gerne einen 100er gehabt hätte. Ich habe nach Praktibalk gesucht. Das ist ja eine Tauschentwicklung. Und weil halt bei bestimmten Brüde-Events das immer mal wieder mit aus dem Ei kam. Und die ganzen kleinen Accounts haben so viele Praktibalk gehabt, dass ich dachte, bevor ich die wegschmeiße, kann ich sie mir auch tauschen. Und ich habe nach Sankabu gesucht, weil ich davon auch gerne einen 100er gehabt hätte. Aber die kleinen Accounts haben so gut wie keinen Sankabu gehabt. Diese vier waren bei mir immer oben eingespeichert. Und diese vier habe ich mir getauscht. Das, was ihr hier seht, dieses Ignivor, ist noch ein garantierter Glückstausch. Den hatten wir gemacht. Ich weiß gerade gar nicht von wem. Ist jetzt auch wurscht. Müsste aber unten drunter stehen. Ignivor, Halle, Saale, Sachsen-Anhalt, Deutschland. Also wenn man mal kurz hier reinguckt, ist dieses Ignivor von Burkhardt. Das ist von Burkhardt. Okay. Das nur zum Info, damit ich genau weiß, an welcher Stelle ich bin. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, durchgehend mit Bewertung, was in den letzten Tagen von den kleinen Accounts unter diesen vier Pokémon, die ich absichtlich gesucht habe, rausgekommen ist. Zwischen Axandor, Tordunator, Praktibalk und Sankabu. Das ist das erste Axandor, was ich getauscht habe. Das ist direkt ein 96er. Das sieht auf jeden Fall krass aus. Das habe ich mir aufgehoben. Dann haben wir hier weiter Anego. Ein 98er. Anego war halt wieder ein garantierter Glückstausch. Das zählt also jetzt eigentlich gerade nicht. Und dann haben wir hier Praktibalk. 15, 15. Wir haben Praktibalk. Das waren alles keine garantierten Glückstrades. Das war wirklich random. Praktibalk getauscht, wenn du zehn Stück hast. Und hast dann von zehn Stück vielleicht zwei Lucky gehabt, weil die Chance eben erhöht war. Und diese Praktibalk vielleicht auch schon ein bisschen älter waren. Hier Zweiter, Fünfter. Boah, ist schon zwei Monate her. Dann wieder Praktibalk, auch wieder drei Sterne. Axandor, drei Sterne. Axandor, drei Sterne. Axandor, drei Sterne. Ich habe am Anfang welche, die, naja, schon schlechte IV hatten, aussortiert. Bis ich dachte, wieso hebst du nicht eigentlich alle auf und zeigst, wie viele Glücks-Pokémon du wirklich in den letzten Tagen bekommen hast. Riolu habe ich dann auch getauscht. Normalerweise mache ich ja, wenn ich keinen Spezialtausch mehr frei habe, mache ich im Garantierten auch Riolu, weil ich unbedingt 100er Riolu wollte. Aber jetzt habe ich gedacht, wenn nichts mehr geht und ein Account Riolu hat, nimm Riolu halt auch noch dazu. Pack Riolu rein. Manche Accounts haben hier 20 Riolu oder so draufliegen. Es ist gerade erhöhte Chance. Hau die dir rüber. Es kommt dann wieder ein Ei-Brüde-Event mit Riolu. Lucario wird bei den Go-Festen auch in einem Habitat auftreten. Habe ich irgendwo was gelesen. Also, du wirst sicherlich irgendwie noch krasse Möglichkeit haben, an Riolu zu kommen. Also habe ich es hier auch rüber getauscht. Ist auch lucky geworden. Wieder Axsandor, drei Sterne. Nochmal praktikal drei Sterne, aber nicht lucky geworden. Trotzdem gute Werte. Finde ich so natürlich schöner, weil du den Kampfhintergrund hast. Das finde ich wieder hässlich, weil da halt, das ist einfach viel zu grell. Trotzdem auch drei Sterne. Drei Sterne. Drei Sterne Axsandor. Vier Sterne. 100% Prakti-Balk. Guckt euch das an. Das hat mich mega überrascht. Ich habe gedacht, das wird eh nichts. Ich wollte die erst alle wegschmeißen auf den kleinen Accounts. Ich habe dann ein bisschen getauscht. Und habe jetzt mein allererstes 100%iges Prakti-Balk bekommen. Ich habe damals nur ein 98er Lucky gehabt. Das hatte ich zum Meister Grief gemacht. Das ist eins, das würde ich gerne entwickeln. Hochziehen auf Level 50, pushen. Und hat sich gelohnt, dieses Glücksevent zu nutzen, um eben ein Glücks-Pokémon zu bekommen. Aber das war noch nicht alles. Ich habe nämlich dann weitergetauscht. Gedacht, vielleicht kriege ich ja noch ein zweites. Totonado ist dann sogar auch mal glücklich geworden. Einmal mehr, einmal weniger. Dann habe ich gedacht, ach komm, heb jetzt einfach alle auf. Auch wenn die nur noch zwei Sterne haben. Oder wenn sie gute IV haben. Heb sie halt erst mal auf. Denn jedes Prakti-Balk, was ich getauscht habe, kann ich ja kostenlos entwickeln. Also ich bezahle 25 Bonbons zu Streboli. Aber die 100 oder 200 Bonbons zu Meister Grief fallen weg, weil es ja eine Tauschentwicklung ist. Also hier ein getauschtes 100er zu haben, ist auf jeden Fall richtig stark. Und die könnte man zu einer richtig fetten Meister Grief-Armee alle hochziehen. Hier nochmal Totonado auch wieder mit drei Sternen aus dem Tauscherhalten. Nochmal hier 15, 15. Das sieht alles richtig gut aus. Es hat auch mega Spaß gemacht. Ich habe alle Accounts wirklich durch. Alle 18 Accounts. Es ist kein einziges Prakti-Balk mehr vorhanden. Kein einziges Aksandor, Totonado oder Zangabu. Ich habe einfach alles abgeräumt. Aber es hat mega Spaß gemacht, das so zu tauschen. Dann habe ich gedacht, gehe das Ganze nochmal durch. Ich habe Blut geleckt. Ich habe 100er Prakti-Balk abgegriffen. Fang an und tausch jetzt wirklich alle Riolos rüber. Warte nicht auf garantierte Glücks-Trades mit Riolu. Tausch einfach alle Riolu rüber, die du hast. Und was ist passiert? 100% Riolu. Getauscht. Getauscht. Guck hin. Durchtauscherhalten von Kunst-Urin. Durchtausch. Es ist nicht mal lucky geworden. Mit garantiert 12-12-12. Es ist aus einem Random Trade mit erhöhter Glücksrate. Nicht Glücks geworden, aber 100 geworden mit 5-6-7. Und das ist so perfekt, dass du diesen hässlichen, grellen Hintergrund nicht hast. Weil Lucario ist auch nicht so groß und breit und mächtig. So hast du Lucario dann einfach und das möchte ich auch natürlich hochziehen auf Level 50 pushen. Das kriegt nochmal eine Mega-Entwicklung. Und Riolu auch am Start als 100%iges. Das war dann der letzte Trade. Der Lucky wurde das letzte Riolu, was ich mir da getauscht habe von dem einen Account. Und dann habe ich zu Hannes gesagt, Hannes, wie viel hast denn du noch? Du bietest die ganze Zeit an. Du kannst mir deine Riolu abdrücken. Ich habe gesehen, auf dem Nudel-Account sind auch nochmal 20 Riolu. Was hältst du davon, wenn wir mal eine Trade-Session machen? Das heißt, wir setzen uns hin, nehmen ein Video auf, wie wir zwei miteinander tauschen. Und du gibst mir von den ganzen Accounts, die ich dir in die Hand drücke, die ganzen Riolu dann rüber. Vielleicht kommt ja noch ein 2 des 100%iges. Das ist spannend, das ist genial. Wir wollen das noch nutzen, da diese erhöhte Glückschance ja noch zwei Tage ist. Und da möchte ich jetzt aus allen Accounts, die ich noch habe, nochmal alle Riolu nehmen und mir rüber tauschen. Auch wenn dann gar keins mehr übrig ist, denn vielleicht kommt sowas nochmal bei raus. Denn wenn ich dann ein 100er Lucario habe, fehlt mir ja trotzdem das 100er Riolu. Vielleicht schaffe ich es, ein zweites 100er Riolu zu bekommen. Das kam jetzt endlich durch den Tausch. Ich habe immer gesagt, wenn Mega-Lucario kommt, ich werde so viele Rates machen, bis ich das 100er habe. Hat sich jetzt erledigt. Das 100er ist da. Durch einen Tausch. Genauso wie das 100er Praktibalk durch einen Tausch. Und das finde ich so genial, das finde ich so stark. Jetzt muss ich es nochmal suchen. Das hier war das. Genau 100% fürs Video. Können wir nochmal bewerten. Wir machen hier auch den Tag dran. 100% Tag. Dann was wichtig ist, ich habe 136 XL. Ich brauche also XL eigentlich. Ich werde das jetzt erstmal auf Level 40 pushen. Damit das, falls es mal als Buddy zum Einsatz kommt und läuft, eine bessere Chance hat, XL Bonbons zu erlaufen. Denn je höher das Level des Buddys ist, desto höher die Chance, dass der XL Bonbons bekommt. Das heißt, wenn ihr ein Buddy habt, pusht den immer auf 40 und lauft dann mit einem Level 40er Buddy. Dann kriegt ihr besser, schneller und mehr XL Bonbons zusammen. Das habe ich jetzt auf Level 40 gepusht mit 100%. 1315. Das ist genial. Das werde ich aber noch nicht entwickeln. Erst wenn ich die XL zusammen habe, werde ich das durchentwickeln, hochziehen auf 50. Und das gleiche möchte ich jetzt hier mit dem Riolo noch machen. Falls man damit also mal laufen will für die restlichen XL, kann das nicht so klein bleiben. Das braucht natürlich auch das Level 40. Wir ziehen hier also auch hoch bis 40 auf 993. 426 dazu. Kriegt auch den Tag dran. 100% Riolo aus dem Tausch erhalten. Doppeltes Glück, also zwei Pokémon vom Typkampf. Zwei Pokémon, die ich richtig cool finde. Die mir richtig gut gefallen. Die ich beide unbedingt auf Level 50 haben möchte. Riolo 100. Praktibalk 100. Wenn Hannes heute kommt. 64 Riolo sind glaube ich noch auf den Accounts verteilt. Die wollen wir alle in einem einzig großen Video rüber tauschen und schauen, welches hat gute IV, welches hat schlechte IV, wie viele Luckys sind dabei. Falls euch das interessiert, dann wartet ab. Bald dann das Video, die Premiere dazu. Das hier bereite ich jetzt schon mal vor fürs Wochenende. Und würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Taiva hat eine Postkarte von der irgendwas angepinnt. Tschüss.